Musik 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 Ich habe meine Inspirationen, nämlich teilweise aus meinem Kopf, oft schaue ich mir einen Film an und denke mir, das muss ich unbedingt nehmen. Ja, oder sonst Oper, Theater, ich liebe Kostüme. Und das ist einfach meine Welt. Ja, Stoffeinkaufen gehen ist immer lustig. Wenn ich an sich sehe, ich gleich das Ganze kenne. Dann muss man halt nur das Kleinzeug dazu besorgen. Das ist das Lustigste. Musik 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 Herbert und ich möchten uns herzlich bedanken für euer Erscheinen. Und dass ihr uns die Chance gebt, mit uns gemeinsam die tolle Eröffnung unseres gemeinsamen Geschäftes zu feiern. Ich möchte noch ganz besonders der Elisa bedanken, dass sie so einen tollen Sohn auf die Welt gebracht hat. Das ist nicht selbstverständlich, jemanden zu finden, der genau so ist, wie er ist. In seiner Kreativität, in seiner Einzigartigkeit und in seinem Talent. Mhh. Mhh. Schöne Herzelein. Sie ist nichts besser übrigens. Lachen Also, noch einmal danke für euer Kommen. Und für die tolle gemeinsame Zeit, die wir verbringen können. Und ja, Prost auf uns alle. Musik Musik Evo Maria, Sie haben ein Kleid von Herbert an. Wie kam es denn dazu? Ich wollte ein Dirndl haben und der Herbert hat gesagt, er macht extravagante Dirndl und da habe ich mich dann noch für das Dirndl entschieden. Wie würden Sie seine Mode beschreiben? Ja, klassisch, extravagant, exzeptionell, was nicht jeder hat. Und er nimmt auf den guten Rücksicht, was er Farben will, was ihm passt, den Verschnitt. Und er macht das ganz toll. Ich kenne den Herbert jetzt ca. seit 5 Jahren und ist ein ausgesendeter Freund von mir geworden mittlerweile. Ich wundere seine Arbeit. Er ist als Person selbst einfach ein Einzelstück. Genau dasselbe sind seine Kleider. Und ich würde jedem empfehlen, hierher zu kommen. Also Blauput Austria wird in ein paar Monaten, glaube ich, einen großen Namen. Und das gönne ich den Herbert ganz herzlich. Wie würdest Du sie beschreiben? Ja, extravagant. Und das Besondere ist einfach, dass sie einzigartig sind. Aus meiner Kleid gibt es kein zweites Mal. Die Damen können kommen, ihre Stoffe wählen und ja, den Schnitt wählen. Und werden dann natürlich begeistert sein. Wie sind Sie zu Blauput gekommen? Woher kennen Sie Blauput? Ja, wir kennen den Herbert schon länger. Noch bevor es die Marke Blauput gegeben hat, hat er schon das Hochzeitskleid für meine liebe Frau gemacht. Und ja, wir sind begeistert seitdem. Und wir freuen uns jetzt, indem an die Ente hier zu sein. Und wenn man hier zurückschaut, ein Traum. Ich will die Leute schön machen. Das ist eigentlich der Hauptpunkt. Ich frage, wie Dir jetzt die Mode gefällt? Ja, sehr gut gefällt mir die Mode. Sie sticht heraus. Sie ist extravagant. Und ich glaube, er wird sich in Graz sehr gut etablieren. Viktoria, was sagst Du zu der Mode? Ich freue mich. Ja, seine Kleider vor allem sind sehr elegant und sehr ähnlich. Und er hat sehr tolle Stoffe verwendet. Er ist auch außergewöhnliche in der Hand. Ich freue mich. 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 Untertitelung des ZDF, 2020